Hallo, ich bin Manuela und leite Cisions Insights Team hier in der DACH-Region. Hi und mein Name ist Boris und ich leite das Marketing Team bei Cision auch für die DACH-Region. Warum solltet ihr an unserem Vortrag teilnehmen? Ganz klar, weil die effektive Ansprache von Zielgruppen kein reines B2C Thema ist. Und worum geht es bei uns im Vortrag? In unserem Vortrag geht es um den Kreislauf von Zielgruppendefinition, der zielgruppendefokussierten Erstellung von Inhalten und der anschließenden Analyse von Aktivitäten, um genau diesen Prozess effektiver zu gestalten bzw. zu optimieren.